So Leute, zum Folie zu holen. Das Modell steht jetzt soweit ich weiß im Monstrum. Ich glaube da steckt ein kleiner Breitbänder drin mit Charit-Magnet. Aber mal schauen. Abnehmen kann man die Abdeckung so lösen. Die Abdeckung ist fest. Und wirklich gut ist der Klang auch nicht. Auch nicht für die Größe. Also tschüss bis zum nächsten Video.